Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Aktie der Woche. Unsere Aktie der Woche ist die Carl Zeiss Meditec AG und sie ist ein weltweit im Bereich Medizintechnik agierendes Unternehmen. Ihren Hauptsitz, da haben wir was gemeinsam, ist nämlich in Jena. Ich bin dort geboren und sie beschäftigen inzwischen über 4.500 Mitarbeiter und sind im MDAX gelistet. Das Unternehmen stellt Instrumente für die Augenuntersuchung, Operationsmikroskope, medizinische Laser und Intraokularlinsen her. Und die Produkte, die umfassen komplette Systemlösungen für die häufigsten und bedeutendsten Krankheitsbilder der Augenheilkunde. Und das Unternehmen, das ist in zwei große Geschäftsbereiche aufgeteilt. Und zu unserer Aktie der Woche begrüße ich dich ganz herzlich, lieber Alex. Wir wollen über Carl Zeiss Meditec sprechen. Die Aktie ist gestern, darüber reden wir, mächtig unter die Räder gekommen. Was war da los? Ja, die Aktie ist um über 20% gestern runtergegangen, damit auch Schlusslicht. Und ja, war ein ordentlicher Schlag, den die Aktie da bekommen hat, auch auf mehrjahrestief gewesen. Und was der Grund dahinter war, war, dass das Unternehmen Zahlen rausgegeben hat und die waren sehr ernüchternd. Erstmal kam das Ergebnis für den Umsatz, wurde von 2,15 bis 2,25, war so die Range, die angepeilt war, zurückgenommen auf 2 Milliarden. War jetzt nicht so riesig, aber besonders der Rückgang des Gewinns im Vergleich zu den Erwartungen oder zu dem, was man als Prognose rausgegeben hatte, war extrem. Also letztes Jahr hat man 350 Millionen Euro verdient in etwa. Jetzt hat man die Erwartungen zurückgenommen auf 2,15 bis 2,60 Millionen und das ist dann schon hart. Man hatte sich ein bisschen mehr Erholung bei diesem Unternehmen erwartet und ja, besonders die Kernmärkte USA und China waren betroffen von wenig Investments, die aus diesem Bereich kommen. Also Carl Zeiss Meditec hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen, die Aktie daraufhin mächtig unter Druck. Warum hat man denn die Gewinnwarnung ausgesprochen? Welche Geschäftsbereiche laufen nicht? Ja, besonders, wir hatten ja gesagt, Märkte USA und China, besonders die großen Geräte im Optikbereich, also im Diagnosebereich für Augenkrankheiten, besonders die waren da betroffen. Und genau, das hat dann die Aktie entsprechend sehr weit runtergelegt und unter Druck gesetzt. Und ich hatte es ja gesagt, es war halt besonders, dass man auch Erwartungen hatte an eine Erholung. Dem Unternehmen geht es jetzt schon länger eher so, dass man sagt, okay, die müssten mal einen Turnaround schaffen und die müssten sich wieder erholen. Fortstand hat dann am Ende auch gesagt, dass sie sich immer noch auf diesem Erholungspfad sehen und diesen weiter fortsetzen wollen. Und dass die Strategie aufgehen wird. Aber nach den schlechten Prognosen und Geschäftszahlen hat das dann jetzt nicht für eine Beruhigung gesorgt an den Märkten. Auch wenn heute die Aktie leicht höher steht, aber das ist dann eher eine Gegenreaktion, als dass man von einer wirklichen Erholung reden kann. Du hast es angesprochen, die Investoren, alles andere als optimistisch und zuversichtlich, was gerade Carl Zeiss Meditec angeht. Wie steht es denn um die Analysten? Haben die direkt auch schon ihre Ratings angepasst? Ja, die meisten haben tatsächlich ihre Kursziele nach unten hin angepasst. Aktuell ist ja ein gemischtes Bild da, was Kauf-, Verkaufs- und Haltenempfehlungen angeht. Insgesamt auch die Kursziele noch relativ hoch, mag aber auch an dem einen oder anderen älteren Kursziel liegen. Und weiter diese Fantasie, die immer noch mit drinsteckt, dass eine Erholung stattfinden könnte. Also man traut es dem ein Stück weit immer noch zu, dass sie diesen Turnaround schaffen. Aktuell gibt es aber eigentlich nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass der Turnaround kommt oder bald kommt. Also die Geschäftszahlen spiegeln das noch nicht wieder. Und auch wenn man sich den Chart beispielsweise anschaut von dem Unternehmen, gibt es auch dort nichts, was irgendwie eine Erholung widerspiegelt. Zum Chart kommen wir gleich. Jetzt kommen wir aber erst mal zu den Zukunftsplänen. Die Vorstandsvorsitzenden, überhaupt der Vorstand, die sind natürlich optimistisch und überzeugt, dass es eben besser wird in der Zukunft. Das ist ein Stück weit auch Ihr Job. Wie sehen denn die Zukunftspläne aus? Ja, erst mal wieder eine Erholung, dass wieder mehrere Produkte angenommen werden, auch ein bisschen Innovationen wieder geschaffen werden in diesen Bereichen, wo die aktiv sind. Und ja, auch dass dann entsprechend Umsatz und Gewinn wieder in den Bereichen sind, wo Analysten sie sehen und wo man die eigentlich haben will. EBIT-Marge von 20 Prozent ist so das, was im Raum steht als Zielsatz. Genau, auch da muss von dem Unternehmensseite ein bisschen was passieren, gerade was die Verkaufszahlen angeht, dass das Unternehmen wieder in diese Richtung kommt. Du hast eben schon fast die nächste Frage vorweggenommen und hast über das Thema, wie sieht die Aktie gerade aus, gesprochen. Wenn man so ein bisschen liest und recherchiert, kommt ganz oft ein Chartbild und desaströs im Zusammenhang aktuell mit Carl Zeiss Meditec. Du hast es angesprochen, man hat ein Mehrjahrestief eingefahren. Es sieht nicht so richtig gut aus. Nee, auch wenn man sich das Chartbild anschaut, natürlich auch mit den 20 Prozent von gestern. Aber auch davor hat es nie so gewirkt, dass irgendwelche Unterstützungslinien gehalten haben. Das ist ja immer so ein bisschen was, wo Händler drauf schauen. Unterstützungslinien, frühere Tiefs, die sich dann entsprechend als solche auch äußern. Die Aktie ging weiter runter dann bis gestern und auch stetig runter. Und ja, es ist irgendwie aktuell noch nicht so ein Turnaround erkennbar. Sie haben ja auch die Frage nach dem, wie Aktionäre da vorgehen sollten. Es ist sehr schwierig, die Aktie abzuschätzen. Schwierig auch, weil diese Turnaround eher aktuell eine Spekulation zu sein scheint, als eine tatsächlich irgendwas darauf hindeutet. Also da müsste sowohl in der Charttechnik als auch wahrscheinlich dann in den Geschäftszahlen sich was tun, dass das jetzt mal für einen Investor, der ein bisschen auf Risiko achtet, dass er da reingeht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich möchte auf die Peergroup noch ein bisschen zu sprechen kommen. Medizintechnik, ist das jetzt nur ein schweres Geschäftsumfeld für Carlzeit Meditech oder ist das für die ganze Branche eher herausfordernd? Gerade auch durch Corona und die Jahre jetzt danach, auch insbesondere mit der hohen Inflation und den auch steigenden Gesundheitskosten ja insgesamt, gerade auch im Gesundheitsbereich sind die Kosten demenz gestiegen. Wir haben auch extrem an der Inflation gelitten. Kann man so sagen, sind Investitionen eher weniger geworden als mehr. Also auch andere leiden darunter. Man könnte sich hier Fresenius Medical Care anschauen. Da gab es aber auch andere Gründe, die dann für die Bewegung der Aktie gesorgt haben. Wir hatten auch kürzlich darüber geredet über die Abnehmpillen. Die haben sich da auch ein bisschen ausgewirkt, weil man ja mal gesagt hat, dass es auch bei den Dialysepatienten helfen könnte. Dann hat man aber auch wiederum gesagt, okay, die halten länger durch, deswegen brauchen die länger Dialyse. Also auch dieser Titel ist beispielsweise sehr bewegt, aber auch eher mit einer Tendenz nach unten. Wenn man sich aber auch andere Titel anschaut, wie Striker zum Beispiel in den USA, okay, die sind jetzt nicht nur Anlagenbauer, also nicht nur Medizintechnikersteller, sondern die sind auch in anderen Bereichen aktiv. Die haben ein relativ positives letztes Jahr gehabt, insgesamt auch eine positive Kursentwicklung. Ja, anderes Unternehmen könnte man beispielsweise Trägerwerk nennen, aber auch die zum Beispiel hatten extrem von Corona profitiert und haben natürlich dann auch das Problem, dass es dann in die, auch solche Zahlen dann in so Ausnahmejahren dann nicht unbedingt gehalten werden können, was, denke ich mir, auch vollkommen normal ist. Sagt Alex Martins. Ich sage Dankeschön und ich weiß, es ist ein bisschen offensive, dass hier nur Deutschlandflaggen zu sehen sind, denn du bist ja nun mal Portugiese. Die spielen heute Abend. Dein Tipp für heute Abend? Ich glaube, das wird ein Sieg. Nein, das ist doch kein Tipp, Sieg. Da muss man Toranzahl nennen. Sagt mal 2-0. Okay, und für Deutschland morgen gegen Ungarn? 1-3-0. 1-3-0 für Deutschland? Ja. Alles klar, so nehmen wir es. Dankeschön und ja, das war schon wieder unsere Aktie der Woche. Wir sagen Dankeschön, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.